So, dann hier gegen den ersten Chelsea, auswärts. Aufstellung werden wir so lassen. Und wir hoffen natürlich wieder Chelsea-Punkte abzuknöpfen. Und unentschieden war es im ersten Aufeinandertreffen. Und dann schauen wir mal, was das jetzt an wird. So, so, wenn er... Rossi... ...ein Warte... ...Töder... ...unddruck. Ich sage, spült gegen seine Eckstupe. Und zwar der Speran-Luluk. Das beste Team mit der besten Abwehr. Jetzt mal schauen, wie es dir aussieht mit dem Tor erschießen. Absatz. 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 Okay. Okay. So, was sie? Für die Lücken, für Ghani und Co. Und dann hat Ghani, bringt sie sich nicht. Und das ist Ghani, 0-1. Stark gemacht. Das war in Führung gegen Chelsea. Boah, denk. Werde. Ciao, Cancel. Kannte. Halonto, und es ist wieder raus. Und es ist dann abseits. Treffer 10. Soap, foul. Rossi. Schöner Pass auf Sonnen und Courtois. Schöner Pass auf Sonnen und Courtois. Die Referee hat einen Minimum von 2 Minuten Zeitpunkt. Kortenk, Fußer zwischen. gut das war es mal mit halbzeit nummer eins schmidt wird kommen aber statt willen sie zeigt an ein ganzes spiel durchzuhalten ist auch für ihn noch nicht so so er wird da ja da war es der hier werde gelegt hat ich glaube es war Meier es war Becker Peter geht mit Rootsier im Spitzenspiel und Karin Benzema hat die Riesenmöglichkeit zum Auskampf das ist die große Frage verbleibt man es so Merci gut durchgesetzt Was ist denn? 1 zu 2 in Unterzahl. Wie schön ist das denn? Gut gemacht von Taylor und Garnier. Und jetzt kommt Grammaric als B-Stürmer und Parade statt raus. Vielen Dank. Jetzt kommt Reus. Marco Reus. Uwe in Karsten. Abgefälscht sogar war da. So, der 2, 1, Grenz. Auf Kamaric. So, der 2, 1, Grenz. So, der 2, 1, Grenz. So, der 2, 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 Grenz. So, der 1, Grenz.